Herzlich willkommen auf Badmergentheim.info. Wir zeigen Ihnen hier die Infoveranstaltung der Stadt Badmergentheim und der Bädergruppe G1, die zukünftig das Solimar betreiben wird. Ja, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger aus Badmergentheim und den Stadtteilen, liebe Mitglieder aus Stadtrat, Ortschaftsräten, Verwaltungen aus unseren Gesellschaften, werte Vertreter der bisherigen Solimar-Trägergesellschaft aus Stadt- und Kurverwaltung, werte Vertreter der neuen Betreibergesellschaft G1, liebe Nutzer des Solimar aus Nah und Fern, liebe Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer, liebe Mitglieder der drei DLRG-Gruppen, die wir haben, liebe Mitglieder der Schwimmabteilung des Sumpfereins und des Tfas insgesamt, hier in Badmergentheim, werte Vertreter der Medien, liebe Gäste. Sie sehen schon allein der lange Vorspann der Begrüßung, wer alles da ist, zeigt, wie groß das Gremium ist des heutigen Abends und Sie, die Mitbürgerinnen und Bürger, Sie sind die Wichtigsten. Deswegen ganz herzlichen Dank für Ihr Kommen. Die große Zahl in unserem Stadtgarten zeigt doch ein großes Interesse an der aktuellen Diskussion rund um das Solimar. Sie wissen, die erste Konzeption wurde in der Öffentlichkeit im April dieses Jahres im Kulturforum vorgestellt. Seither ist einige Zeit vergangen, die Pläne wurden weiterentwickelt und seit meiner Wahl- und Danzeinführung als Ihr Oberbürgermeister gab es wirklich richtig viele Anfragen zum Thema Wellness-, Sport- und Freizeitpark Solimar. Mir war schnell klar, die vielen Gerüchte, viele Vermutungen, die sind zumindest teilweise zurückzuführen auf offensichtlich zu wenige Informationen. Und natürlich auch über den Standesverplanungen wäre es wichtig zu berichten. Was ich ebenfalls bemerkt habe, es gibt in dieser Stadt, und da müssen wir ganz offen und ehrlich zueinander sein, auch unterschiedliche Erwartungen, wie die Zukunft eines solchen Bades gestaltet sein könnte, je nachdem aus welcher Vorerfahrung der einzelne Badegast kommt. Deshalb habe ich den runden Tisch angeboten gehabt, um zunächst mit den organisierten Nutzern des Sportbrads das Gespräch zu suchen, weil das die Gruppe ist, die eben auf den Sportbradbereich besonders fokussiert ist. Ich wollte dort einen einheitlichen Gesprächsstand bekommen. Das war am 4. Juli 2011 im Rathaus und in der Priorität, möchte ich auch hier klar sagen, hat das Bad ja für die organisierten Nutzer zunächst mal zuerst die Schulen im Blick, um den Schulunterricht zu gewährleisten, dann die 3L-AG-Gruppen, um Schwimmunterricht zu geben und auch die Ausbildung als Rettungsschwimmer zu erfahren und dann eben die Vertreter und die Schwimmer der Schwimmerabteilung, die mit großem Engagement ihren Sport betreiben, für die Stadt schon manchen schönen Erfolg eingefahren haben und beim Erfolg, da treffen wir uns dann wieder alle, weil das finden wir ja auch schön. Diese Veranstaltung im Rathaus hat auch gezeigt, dass nicht mit einem Gesprächsabend alle Themen ausgewandt werden konnten, hat uns aber zumindest die Chance gegeben zu gucken, wo können wir was zusammen hinkriegen, einen zeitlichen Fahrplan zu entwickeln und eines der Themen war eben heute diese öffentliche Veranstaltung zu machen. Ich möchte es nochmal zusammenfassen, dort stand das Sportbrad im Mittelpunkt, weil es um die organisierten Nutzer geht. Heute soll das nicht ausgeschlossen werden, aber heute soll auch der aktuelle Stand des Solimar in seiner jetzigen Planung Ihnen der interessierten Öffentlichkeit vorgestellt werden. Das heißt, über das Sportbrad hinaus geht es eben um das Gesamtprojekt Solimar, um unser Bad mit seinen Bereichen Wellness, Erholung, Sauna, Spa, Freizeit und was wir alles eben auch im bisherigen Solimar schon gekannt haben. Die Frage ist, was entsteht nun vor unseren Augen und deswegen noch ein kurzer Blick in die Frage, wie ist der Abend gedacht, damit wir jetzt sehen, auf was wir uns einlassen. Da kommt jetzt ein kleiner Überblick in den Ablauf. Ich würde noch ein paar weitere Worte zur Einleitung verlieren wollen, weil ich denke, ein kleiner Blick auf das bisherige Geschehene ist wichtig, um uns zurückzuerinnern, in welcher Situation wir stehen. Dann das Spannendste, das Wichtigste aus meiner Seite, deswegen sehen Sie auch im Hintergrund des Raums die Pläne aufgehängt, dass wir den aktualisierten Stand der Planungen vom künftigen Betreiber G1 präsentiert bekommen. Das ist deswegen wichtig, weil es ein paar Änderungen gegeben hat zu den ersten Überlegungen und ich denke, diese neuen Möglichkeiten bringen noch eine flexiblere Nutzung des Basens seiner Einrichtungen und das wäre aus meiner Sicht ein wichtiger Punkt. Wichtig ist aber auch, das sehe ich aus den vielen E-Mails, die mich erreichen, wie funktionieren eigentlich die Übergangszeit? Wenn man die Diskussion in der Stadt anhört, dann hat man manchmal das Gefühl, die Leute glauben, übermorgen wird das Bad zugemacht und nächstes Jahr geht es dann wieder weiter. Die Wahrheit ist, es ist ja noch lange, lange auf und genau der Sportbadbereich, wo es um das Schwimmen gehen, ist genau so konzipiert, dass wir den Schulunterricht, den Schwimmunterricht, die Vereine ihre Tätigkeiten aufrechterhalten können. Das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt. Aber auch da gibt es natürlich viele Fragen und Unsicherheiten, wie dieser Zeitraum gestaltet ist und deswegen möchten wir auch über diese Übergangszeit berichten. Anschließend gibt es dann nochmal einen Part von G1 zur Frage, Nutzungsmöglichkeiten insgesamt in der Vielfalt, weil man das vielleicht in der Einführungspräsentation nicht alles erzählen kann. Und dann kommt der Teil, wo wir gespannt sind auf das, was Sie spannend finden, nämlich die Fragen, wenn es Fragen gibt. Ich gehe davon aus. Und zwar erwarten wir, damit auch wirklich alle zu Wort kommen, machen wir den ersten Block, dass jene unter uns, die das Komplettangebot des Bades im Auge haben, den ersten Part bestreiten für eine halbe Stunde und anschließend jene, die den Schwerpunkt Sportbad im Blick haben, dann die zweite halbe Stunde bestreiten. Und weil zu dem guten Ende einer Veranstaltung oder auch zu dem offenen Ende einer Veranstaltung am Schluss ein Ausblick gehört, gibt es einen Vorteil für die nächsten Schritte, wo wir dann hoffentlich alle etwas schlauer heute Abend aus diesem Saal herausgehen. Keine Angst, jene unter Ihnen, die sehr diszipliniert darauf achten, dass Sie auch frühzeitig nach Hause und ins Bett kommen, weil Sie morgen früher fit sein wollen. Wir haben als absolutes Ende für die Gesamtveranstaltung 22 Uhr gesetzt. Ich habe für mich auch einen zeitlichen Rahmen, der trotz Diskussion dieses ermöglicht. Und deswegen für die beiden Diskussionsgruppen Nutzung Gesamtbad und Nutzung Sportbad möchte ich jetzt noch mal darauf hinweisen, das geht dann jeweils maximal eine halbe Stunde. Auch wenn es spannend wäre, das dann länger zu machen, möchte ich allen von uns die Chance geben, dass wir bis spätestens 22 Uhr den Schluss der Veranstaltung erlebt haben. Soweit dieser Einstieg in den Ablauf. Und damit wir nachher genügend Zeit zum Diskutieren haben, würde ich jetzt nur noch im Staccato daran erinnern, was passiert ist. Die wichtigste Frage, die Stadt hat jährlich große Summen subventionierten, großen Abgang gehabt, unabhängig von der Frage, wer Wann das Bad nutzte, aber natürlich auch abhängig von der Frage, dass zum Beispiel die Schulen ihren Unterricht kostenlos machen dürfen. Und die Vereinsmitglieder natürlich sehr preiswert, Sie kennen das Stichwort Sportbad, Jahreskarte ins Bad dürfen. Das heißt, das Gremium stand vor der Frage, wie geht es weiter, um diesen jährlichen Abmangel in die Finger zu kriegen, nachdem die Stadt eben nicht mehr in der Lage ist, das alleine zu machen. Sie wissen, es hat dann Entscheidungen gegeben, dass die Kurverwaltung entweder auf Wunsch oder freiwillig, das letzte glaube ich nicht, oder eben auch, weil sie darum gebeten wurde, aussteigt als Gesellschafterin im Auftrag des Landes und des Kreises. Und ich sage das bewusst so, weil man ja heuer an diesem Diskussionspunkt spürt, dass es da im Nachhinein Uneinigkeit gibt, was wirklich passiert ist. Nur für mich als den neuen Oberbürgermeister ist ganz klar, die Situation ist die, dass die Stadt nun allein die Trägerschaft hat. Die Stadt trägt allein diesen Abmangel, der ist sehr hoch und der Stadtrat hat richtig entschieden, dass wir, wenn wir das Bad nicht in ein paar Jahren schließen wollen, dann einfach jetzt gucken müssen, was man tut. Und diesen großen Abmangel auf Dauer alleine zu tragen, war in der bisherigen Form nicht mehr möglich. Ein zweites Thema, das Sie alle beschäftigt haben, mich dann auch, als ich dazu kam, war der Vorwurf, man hat zu wenig Informationen gehabt. In der Fachwelt nennt man das das sogenannte wettbewerbliche Dialogverfahren. Und so gut das intern eine Möglichkeit ist, verschiedene Interessenten in einem Auswahlprozess auf die Entwicklung, auf die Konzeption eines solchen Projekts, in dem Fall eines Bades, dann auch vergleichen zu können. So schlecht ist es an der Stelle, wo man aus wettbewerblichen Gründen eben genau diese Informationen dann nicht in die Öffentlichkeit tragen kann. Ich denke, dass gerade auch im Stadtrat seine gewisse Nachdenklichkeit eingetreten ist, so vernünftig das Auswahlverfahren ist, um zu einem guten Ergebnis zu kommen, wenn man dabei ist. So schlecht ist es bei der Frage, wie erkläre ich meiner Bevölkerung, dass sie nicht in allen Belangen quasi eben rechtzeitig mitreden durfte. Und deswegen wird es bestimmt für künftige Zahlungsprozesse eine Frage sein, ob man so ein Verfahren nochmal anwendet. Da bin ich dann selber gespannt, wie wir bei den kommenden Großprojekten uns entscheiden werden. Sie kennen die Geschichte, es gab viele Interessenten, darunter dann wenige, die sich auf das Verfahren eingelassen haben. Und von diesen insgesamt sieben war nur einer dabei, der Neubad auf der grünen Wiese bauen wollte, das aber in einer finanziell anderen Dimension als möglich. Und die anderen haben sich aufgrund der vorgegebenen circa 16,5 Millionen, die als Gesamtmaximalvolumenszahl darstätten, darauf eingelassen, den Umbau des jetzigen Bades zu ihrem Konzept zu machen. Das heißt, auch wenn wir den anderen Anbieter genommen hätten als G1, das sei ja auch gleich erklärt, würden wir heute über das gleiche Ergebnis diskutieren, nämlich Umbau des Bades und nicht die Alternative Bau eines zusätzlichen neuen Bades oder was auch immer man da als Ideen haben könnte. Ich möchte Ihnen die Belastung der Stadt nur an einem Beispiel, nämlich das Jahr 2010, verdeutlichen. Da war ein Abmangel von 858.000 Euro, alleine 350.000 Euro Zuschuss für das Sportbad. Und dazu kommt dann noch, was in diesen Zahlen dann vergessen wird, dass die Kurverwaltung selber ebenfalls nochmal einen Anteil von weiteren 318.000 Euro bezahlt hat. Das heißt, wir sind da bei weit über 1,1 Millionen nur in den einen Jahren. Einfach damit Sie nochmal die Dimension von den Summen her, das können Sie hochrechnen, bei über 55 Millionen Gesamthaushalt, eine Million allein für diesen einen Part. Was bleibt für den Rest? Und die andere Frage, das sind ja Summen, die nicht gedeckt sind, sprich, wie lange kann man durchhalten? Auf der anderen Seite die Notwendigkeit der Sanierung, die unbestritten war, um auch hier keine Sicherheitsprobleme entstehen zu lassen. Also ich verstehe wirklich schon, dass die Verantwortlichen in den letzten Jahren hier in ein immer drängenderes Spannungsfeld gekommen sind. Und aus heutiger Sicht, denke ich, ist es gut, dass wir überhaupt über eine Zukunft diskutieren können, weil wir jetzt einen Weg haben und auch der Hoffnung sein können, dass wir ein neues Bad haben, das ebenfalls wieder so gut wie das alte Bad angenommen wird. Deswegen auch die Bitte an alle, die wir nachher diskutieren, erinnern Sie sich daran, dass Solivar war von Anfang an ein Gemeinschaftsbad, das mehrere Funktionen erfüllt hat. Und alle, die drin waren, haben sich jeder auf seine Weise arrangiert, haben sich teilweise auch zusammengerissen, aber es gab für niemanden einen absoluten Anspruch, das für sich alleine zu nutzen. Trotzdem konnten sehr viele Nutzergruppen sich darin austoben, wörtlich sage ich mal. Und ich bin zuversichtlich, obwohl ich die Bedenken höre, teile ich nicht alle skeptischen Stimmen. Ich glaube, wir werden auch in Zukunft ein Bad haben, in dem sich wiederum alle Benutzergruppen wiederfinden. Und genau das ist die Aufgabe, die die Damen und Herren, die hier am Tisch sitzen, dann auch gemeinsam haben, damit wir mit dem Solivar eine gute Zukunft gestalten können. Ein Punkt zum Abschluss. Ich halte es ebenfalls für eine gute Entscheidung, dass wir, obwohl es ein paar Euro mehr kostet, gesagt haben, wir bauen in drei Phasen. Um nämlich den Badbetrieb im Sportbadbereich so lange wie möglich aufrecht zu erhalten. Wir können unseren Schulen, wir können der DLRG und den Vereinen sagen, dass der jetzt dann im neuen Schuljahr beginnende Schwimmunterricht und die Vereinstätigkeiten genauso fortgesetzt werden können. Die Änderungen, über die wir reden, wenn es dann um das neue Solimar geht, betreffen dann den Herbst 2012. Das heißt, wir haben auch genügend Zeit, nämlich von jetzt bis dann, sagen wir mal, Mai nächsten Jahres, die ganzen Detailfragen, die noch anstehen, dann gemeinsam zu lösen. Und auch von daher glaube ich, dass es viel wichtiger ist, zum Beispiel weiter in der Bevölkerung Werbung zu machen, wann das Bad auf hat und dass man es nutzen kann, damit auch wirklich die Leute reingehen und nicht jetzt schon glauben, ja eigentlich ist da schon nichts mehr, wo man schwimmen könnte. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.